Nimm Folsäure, wenn du schneller schwanger werden möchtest. Folsäure verhindert nicht nur die Fehlbildung des offenen Rückens, sondern sie hilft dir eben auch bei der Blutbildung und schützt dein Erbmaterial. Und es gilt nicht nur für dich, sondern es gilt auch für deinen Partner. Auch er sollte einen ausreichenden Folsäurespiegel haben, damit das Erbmaterial der Spermien geschützt ist. Spermien mit einem fehlgeformten Erbmaterial sorgen für vermehrte Fehlgeburten. Also, Folsäure ist ein absolutes Muss für den Kinderwunsch. Wenn du dazu noch mehr Fragen hast, schreib mich einfach an.